Mau. Willkommen zurück. Hier in Echo. Ich sollte vielleicht mal den Timer stellen, ich Idiot. So. Hauptsache, ich starte hier auf diese kleine Krücke da. Es scheint ein Update gegeben zu haben. Ich muss mal was probieren. Aber er tut's trotzdem noch. Okay. Ist einfach nur das Logo weg. War nur gerade ein bisschen verwundert. Ich komme hier rein und dann sehe ich das. Hallo. Scheiß Pflanzen hier, ey. Ich habe im Übrigen noch mal ein bisschen was vorbereitet. Nee, aber gar nicht. Das haben wir doch alles in den letzten Folgen gemacht. Doch, ich habe im Prinzip schon was vorbereitet. Nämlich die Steinstraßen. Äh, aber sag mal. Da fehlt mir aber noch was, hä? Da fehlt tatsächlich noch was. Oh. Ich habe vergessen, Gras zu mähen und Aber woran ich auf jeden Fall gedacht habe, ist hier wieder ein paar Ebenen tiefer zu machen. Zwei, um genau zu sein. Zwei habe ich geschafft. In meiner Offscreen-Phase. Was habt ihr nicht gesehen? Was? Ich würde sagen, Wir verlegen einfach mal hier ein bisschen was von den Straßen. Und dann werde ich mal wieder rasieren gehen, ne? Ach, du Scha- Ja, geil. Und da ist schon wieder abgeschmiert. Was ist denn da los? Da sehen wir uns gleich wieder. Bis später. Äh, wie auch immer. Wie auch immer. Ich bin auf einmal wieder hier gelandet. Mann, wie sagst du, was machst du da? Mach den Server nicht kaputt hier. Yeah. Server-Probleme, Server-Probleme. Ich habe vorhin auch versucht, äh... Der hatte schon ein paar Mucken gemacht hier beim... Als ich mich einloggen wollte. Na gut, aber jetzt bin ich ja drin. Hallo, Mann. Weißt du, warte, aber ich kann zwischendrin mal. Stunden später? Gibt gar nichts mehr hier, ey. Ich mache mal hier weiter, bis sich das Ding geöffnet hat. Also, ich weiß ja nicht, was da los ist. Ach so. Mehr hätte ich jetzt für hier zumindest schon mal nicht gebraucht. Aber dennoch... Aber dennoch... So, jetzt machen wir mal kurz. Moment. Sonst keiner da? Gut. So, hier liegt schon wieder Kakteen rum, ne? Das ist... Mann, Mann, Mann. Äh? Und hier. Und hier. Run. Warte mal. Ich wollte noch irgendwas dazwischen anschmeißen. Bevor ich rübersegel. Ich wollte nämlich noch die grüne Farbe machen. bei der Gelegenheit da mähen. Übrigens... Uiuiui. Hier ist schon wieder alles voll. Die ganzen Kappes hier. Ach, Leute. Ach, mir fällt ein. Ich bräuchte noch Holz. Für da drin schon mal. Andererseits hier erstmal die Lage auffüllen. Wenn ich vielleicht wieder mit dem Boden unterwegs bin, dann... mach ich das doch lieber mal so. Hier. Wie viel haben wir hier? 36. Naja. Die reichen gerade so bis zum Ende. Das ist schon wieder gut was nachgewachsen. Aber hauptsache nicht in meinem Weg. Weg. Mann, Mann, Mann. So. was nicht mehr... war's. Was nicht mehr untertämpft ist, ist schon wieder Untertämpfisch Oh, warte mal. Noch was anders. So schaut's doch eher nach was aus. Schmeckt's. Oha, ist doch wieder alles voll. Nee, Moment. Jetzt guck ich nicht mal vorwärts. Boah, Entschuldigung. Irgendwie hängt mir alles zum Halse raus. Hier die 10 Weizensamen habe ich dann nämlich mit. Die Hake habe ich dann mitgenommen. Dann können wir eigentlich auch schon rüber, wa? Grüne Farben. Wir kommen. Nehmen wir auch alles andere mit. Dann können wir uns alles hier zurecht ne? Zurecht stutzen, wie wir es brauchen. Inzwischen habe ich auch festgestellt, wenn ich mal auf die Karte gucke, dass einige, äh, das hier mitten im Gewässer hier zwischen dem Festland und der Insel dass da kalte Wälder eigentlich sein sollen. und da bin ich schon mal versucht, das ein oder andere mal auszuprobieren, wa? Das könnte man mal irgendwann mal in Angriff nehmen. Einfach mal so ne, so ein borealischen Wald da mitten im Wasser. So ne kleine borealische Insel. So ein kalter Wald. Ja, es wurde mir da tatsächlich angezeigt. Das kann ich auch gerne, gleich gerne einblenden. Dann seht ihr das. Da hätte ich gerne Fichte. Vielleicht auch 2, 3, 4. Das Land Amerika, wir kommen. Nein, Quatsch. Naja, jetzt habe ich auch keinen Bogen mit. Aber macht nichts. Ab morgen gehe ich nur noch mit Klappstuhl auf die Straße. Was? Nein. Jetzt häng dich bitte nicht schon wieder auf. Ich lass mal bis unten rechts das Ding weg ist. Ja, oder so. Birakso, was machst du da? Du sollst mal aufhören hier in den Server. Hier. Weiß ich nicht. Was soll denn das, ey? Ich will doch nur meine Farben jetzt betreiben. Verdammt noch mal. Ach, mach doch mal Föhrern, hey. Aha. Nein. Ach komm. Doch mal. Also, ich sehe gerade, es hat überhaupt keinen Sinn heute. Birakso kann scheinbar ungestört offline da, äh, ungestört da rumwerkeln und ich und ich hab da so meinen Krampf. versuche ich es noch einmal so. Das seht ihr jetzt hier nicht. Aber ihr habt ehrlich gesagt keine Hoffnung mehr. Können wir vergessen. Dann werden wir eben in der nächsten Folge halt, das ist jetzt eine ziemlich kurze Folge. Gut. Dann geht's leider nicht anders. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.